li hallo freunde zuschauer und ja wer sonst noch so ein shuttle was geht ab ja wir sind hier in seven days to die alpha 14 5 und ich dachte mir ich mache auch mal in alpha in seven days let's play die letzten sind leider so jetzt wollen wir mal gucken ich hatte schon mal angefangen ein let's play zu machen das schafft aber mein rechner nicht ja mein rechner ist dafür zu schlecht krieg ich hier kein stein das ist schlecht so und da ist ein stein da ist ein stein da ist noch ein stein das nimmt auch noch mit ich krieg wesens holz ja auch holz krieg ich und dann wollen wir doch mal klicken basics ich brauche erstmal eine stonex die ecke hier gefällt mir eigentlich schon ganz praktisch hier gleich in grüne getroffen gleich beim ersten mal nee beim zweiten mal wenn man es genau nimmt ich brauche steine federn habe ich 28 noch ein bisschen holz mit hier so das sieht ja ganz gut aus ich werde mich ein bisschen kurz zu gucken sobald ich erstmal ein paar pfeile habe ich brauche einen wundenbau und gleich mal ein maximum pfeile ah ich habe keine steine mehr ah hier sind gleich steinfragmente ach nee ressourcen und stein so rum ach man im gehirn lass nach ja ich halte aber dann mal schon meine umgebung im auge so ich möchte noch mehr steine äh pfeile haben hier 18 stück jetzt brauchen wir noch mal ein paar plant fiber weil hier ich sehe gerade hier da oben ist rechts eine quest erstmal das nötigste hier ausrüsten mal gucken was es hier so neues gibt ich habe die alpha 14 noch nicht gespielt ich habe also keine ahnung 27 das ist ein bisschen wenig so so erstmal laden hier oh gleich ein hirsch das sieht irgendwie auch nicht schlecht aus hier sieht es nach berg aus ich gehe mal kurz hier auf den hügel hoch mal kicken vielleicht sehe ich hier auch noch ein nässchen oder so ja sehe ich 14 fehlern in der straße aber ein berghang das gefällt mir eigentlich nur so weniger die straße ist nicht schlecht aber der berghang ist so da haben sich nämlich die zombies gerne reingegraben so und für alle die sich gleich fragen ja ich habe auf 200 also 200 prozent also 120 minuten pro tag weil ich auch bauen möchte viel bauen möchte und wer viel bauen möchte brauche auch halt 147 schon schön noch mal ein paar pfeiler brauche ich auch zeit und wenn die zombies zu schnell kommen das ist nicht so doll so wir sind nur am xc6 was fehlt mir ach die steine ich habe die steine verbrauchen alle ich brauche steine 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 viele steine so gleich noch gleich ein neues donat wie sieht es eigentlich mit der temperatur aus äh oh quest oh man das ding ist neu ähhh temperatur geht abwärts so ich soll mir auch nahe ein paar klamotten craften nach der quest quest her zack oh noch ein bird nest ich schätze mal die scheiß zombies sind nicht weit weg oh aplast hust hmhm ja ja hmmhm hmmm hmmm Nee, ich werd mir hier direkt, äh... Ah, da ist ja schon einer. Kleiner Stinkbolzen, du. Er hat mich gesehen. Das war wieder klassisch daneben. Na ja, Bogen bin ich nicht so... Komm her, du Wackel-Dackel. Ah, er ist schon tot. Sicher, sicher. Erste Zombie-Gleich. Unseren Wackel-Dackel. 40 Pfeile hab ich. So, dit anziehen. Dit anziehen, anziehen. Äh? Ach so, lol. Dann scrapp ich dich halt wieder. Ähm, das noch und das noch. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Können wir gebrauchen vielleicht. Da hinten steht schon... Äh, da ist noch einer. Ich suche... Ja, eigentlich ist die Stelle hier schon nicht schlecht. Schauen wir mal die Karte an. Das ist jetzt das, was ich gesehen hab. Da geht's hoch, da geht's auch hoch. Ich bin mir so unsicher. Ich glaub, ich bleib einfach hier in dieser Ebene. Und baum ich... Uh, da liegt... Da ist Müll. Da ist vielleicht was drin. Oh, Pain-Killer. Pain-Killer sind immer schön. Und bleib einfach hier in dieser Ebene. Na, klassisch daneben. Na, haa. Hacke doch nicht mit dem Kopf so. Ja, ich bin ein Kack-Nuppe-Bogen. Bist du tot? Ja. Ich werde mich hier aufbauen. Das sieht eigentlich ganz schön aus hier. So. Aber ich denke schon... Nee, auch nicht. Da ist noch so eine... Sekunde. Mit dem Skill-System muss ich mich auch erst mal vertraut machen. So, mach mal hier ein bisschen Platz. Wie viele Pfeile hab ich noch? 33. Ich hab auch noch 35 Federn. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Also, klicken wir mal. Ähm, was bauen wir denn? Brauchen wir denn? Erstmal brauchen wir ein paar Frames. Ähm, d-d-d-d-Wood-Frame, Wood-Frame, Wood-Frame, ja. Stellen wir mal... Sag mal, ja, 66. Ja, schau, craften wir mal. So, das dauert ein bisschen. Derweiler kann ich schon wieder neues Holz holen. Auf dem Feld. Hört das jemand? Hä, hä, hä? Oder gehe ich... Ach, ich gehe mal nicht mal umschauen hier. Noch habe ich hier ein paar Pfeiler. Ich stelle auch gleich nochmal 23 her. Vielleicht finde ich auch noch ein paar Birdnests irgendwo. Für neue Pfeile. Muss jetzt mal ein bisschen auf den Boden achten. Na, wieder klassisch daneben. Jetzt habe ich getroffen. Schießpulver. Ach, Schwarzpulver. Was soll ich denn damit? Äh, ein Bär. Ja, ein Bär ist jetzt das, was ich aber gar nicht brauche. Boah. Ehe nicht mehr rochen. So, ich brauche jetzt aber gleich wieder eine neue Stone-Expon. Ich habe keine Steine mehr, weil ich die alle zu feiern verarbeitet habe. Nö, hö, hö, hö. Ja, ich bin ein kleiner Schisser, was hier sowas angeht. Evys und Zombies passen eigentlich nicht gut zusammen. Irgendwo kloppt hier irgendjemand auf was ein. Ah, da hinten ist wieder so ein Wackeldacke. Ne, ne, alte. Ich habe doch gerade einen Bär gehört. Ah, da ist er. Okay, ein Bär da hinten gehe ich mal gerade ein bisschen aus dem Weg. Du lebst noch. Jetzt nicht mehr. Oh yeah, essen. Und irgendwo lag hier noch die andere rum. Ja, 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 ich habe dich ja schon gesehen, Bär. So, wie sieht es noch aus? Ich habe 25... Es fehlen ein paar Steine. Fluss oder sowas wäre nicht schlecht. Ich habe ja gehört, es soll Flüsse geben. Aber ich bin mir da so nicht sicher. Da ist jeder nach, Alter. Irgendwie bin ich hier nur mit Zombieskin beschäftigt. Oh, na ja, neun und bloß. Voll in den Kopf, oder? Jetzt sehe ich jetzt aber noch mal einen reingesammelt. Das ist alles eine schöne Gegend hier. Da kann ich nicht meckern. Aber das eins, was mir fehlt, ist Wasser. Davon habe ich bisher nichts gesehen. Oh, ein Börgnist. Das nehmen wir natürlich mit. Essen. Ich weiß nicht, wie sieht es denn aus? Mit Nahrung. Wellness. Nahrung und Wasser sehen gut aus noch. Und wenn, dann habe ich auch ein bisschen was hier dabei. Maple Seats. Ah, die sind neu. Was fehlt denn? Fiberhut. Leute, ich habe den noch gerade... Na ja, gut. Den habe ich vorhin gescrappt. Plant Fiberhut, oder? Gut. Und dann crafte ich den halt mal. So, Steine nehmen wir wieder mit. Ach, egal. Ich habe 42 Pfeile, dass sie durch die Gunning so schlecht ist. So, und ich brauche noch eine neue Stone-Ex. Ja, ich habe zwar eine schöne Hütte hier, aber... Schöne Hütte. Ein schönes Gebiet hier, aber... Irgendwie kein Wasser oder Gebäude. Ich müsste wohl doch mal auf die Straße gehen. Noch mal 29 Pfeile. Das sieht dann ganz gut aus. Was ist denn der? Was ist denn der? Da hinten ist schon wieder so ein Kunde, na komm, ne mit den Steinen. Der Flashlight, ja und ein Cooking-Griller habe ich auch schon, das kann ich wegschmeißen, das brauchen wir nicht, das grabben wir mal, so, ein Ei haben wir, was weiß ich nicht, zu essen haben wir, das sieht doch eigentlich gar nicht mal so übel aus, ne, na genau jetzt bewegt sie sich. Na, klassisch daneben. Na komm schon. Na, Drecksvieh, der wollte wieder aufstehen. So, was hast du dabei? Nichts. Ich müsste jetzt mal langsam echt einen Ort finden, wo ich mich gerne näher lassen möchte. Aber ich bin so unentschlossen, ich sehe nichts, was mich irgendwie ansporn würde, hier zu bauen. Ich gehe mal zur Straße. Stimmt, den Hut muss ich noch aufsetzen, ja, well, so. Basic Survival 3 von 8. Ja, ich habe da die. Ehh, Crafting Wooden Club. Ja, davon könnte ich auch keine gebrauchen. Ähm, Gerda Fader, Smallstone, Woodenbow haben wir eigentlich schon, aber naja, gut. Alles doch noch recht neu hier, ich bin recht... Ja, andere bauen jetzt schon wie wild los, ja. Also, ich guck mich da erstmal in meinen zukünftigen Biom um. So. Oh, stimmt, mein Woodenbau. Ist fast hinüber. Es ist alles so... Mh... 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 Naja. Gehen wir mal Richtung Straße, mal gucken, was da so abgeht. Erstmal, hier, ein Geschenk. Boom. Der müsste tot sein. Ja. Aber nichts drin, naja, gut. Ich hab' ja noch 70 Hider, das sieht ganz gut aus. Das sieht doch nicht so. Ja, Schweinchen, du hast Glück, dass ich dich jetzt nicht grad erlegen kann, weil ich keinen Unterschlupf habe. Sonst wärst du das erste Ziel, was drauf geht. Oh, ich glaub, ich war hier schon mal. So, ja, ich nehm' immer noch hohen Posten, Birdnest. Das nehmen wir natürlich mit. So. Schwarzbrüller. Nicht das, was ich suche. Oh, Steine. Ja, Steine, Steine, Steine. Ja, meine Damen und Herren, die erste Folge ist leider sehr unrühmlich verendet. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und schaltet wieder ein bei der nächsten Folge Seven Days to Die und man sieht sich. Die, dieuer Herrfinales Ist mal los, und meEM desśniefertige DieVi� vapise, die andere Natale, die Twä, die richtige Seite혜って super äleger. Die, die Gemeini to die, woher er heute vielleicht sei es nicht, Dieönung auf deinem Büro earltef anziehen? θ Theresienst nicht weiter geht?